Aufgrund des gehäuften Auftretens von einem verlängerten Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion in der Bevölkerung hat man dem Ganzen eine eigene Bezeichnung verliehen namens Long-Covid bzw. Post-Covid. Studien haben gezeigt, dass sogar 10-20% der infizierten Personen Symptome vereinbar mit Long-Covid zeigen. Nach 12 Wochen seien es wohl noch ca. 2 von 100 erkrankten Menschen, die Symptome zeigen. Jedoch ist die Datenlage hierzu alles andere als gesichert. In diesem Video erkläre ich dir, was du unter Long-Covid bzw. Post-Covid verstehen kannst, ab wann davon gesprochen wird, welche Symptome typisch sind und wie Long-Covid bzw. Post-Covid diagnostiziert und behandelt wird. Was ist überhaupt Long-Covid bzw. Post-Covid? Bringen wir jetzt erstmal Licht ins Dunkel der Begriffe. Von Long-Covid sprechen wir, wenn Symptome, welche mit der Infektion in Verbindung gebracht werden können, mindestens 4 Wochen nach durchgemachter Infektion bestehen bleiben. Halten diese Symptome länger als 12 Wochen an, so spricht man von Post-Covid. Jedoch sind die Begriffe nur eine allgemeine Begrifflichkeit, die einen unspezifischen verlängerten Krankheitsverlauf beschreiben. Für die Diagnose Post-Covid ist eine individuelle ärztliche Untersuchung erforderlich. Das Schwierige hierbei ist, dass es bis zu 200 verschiedene Symptome im Zusammenhang mit Post-Covid bzw. Long-Covid gibt. Das macht es uns Ärztinnen und Ärzten so schwierig, eine einheitliche, umfassende Diagnosestellung und Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Bei dem Versuch der Einteilung des Post-Covid-Syndroms könnte man am ehesten vier Subtypen herausfiltern. Diese wären 1. Patientinnen und Patienten, welche nach einem intensivstationären Aufenthalt an einem sogenannten Post-Intensive-Care-Syndrom leiden. 2. Patientinnen und Patienten, die mit zeitlicher Latenz nach akuter Erkrankung an Folgekrankheiten leiden, wie z.B. Herz-Kreislauf-Problemen oder kognitiven Leistungsstörungen oder auch einer posttraumatischen Belastungsstörung. 3. Patientinnen und Patienten, bei denen vor allem die Erschöpfung im Vordergrund steht, sowie die fehlende Belastbarkeit. 4. Personen mit unterschiedlichen Beschwerden, die in ihrem Alltag nicht wesentlich eingeschränkt sind. Genaue Ursachen sind bisher leider nicht bekannt. Es wird weiterhin diskutiert, ob Virusbestandteile als Verursacher gelten können oder ob es zu virusinduzierten Mechanismen im Körper kommt. Letztendlich muss ich dich an dieser Stelle enttäuschen und sagen, mit abschließender Sicherheit wissen wir es leider nicht genau. Was sind die typischen Symptome von Long-Covid bzw. Post-Covid? Wir gehen jetzt einmal die 200 möglichen Symptome durch, die mit Long-Covid bzw. Post-Covid einhergehen können. Nein, Spaß beiseite. Aber ich werde dir hier einmal versuchen, einige der wichtigsten und häufigsten Symptome aufzuzählen. Wenn wir versuchen, Post-Covid zu klassifizieren, sollten wir erstmal schauen, wer überhaupt betroffen ist. Hier zeigt sich natürlich, dass eine Person, welche 4 Wochen auf einer Intensivstation lag, sehr häufig länger mit den Folgen zu kämpfen hat. Die häufigsten Beschwerden sind unter anderem die fehlende Belastbarkeit. Hier ist es wichtig zu wissen, in welchem Lebensbereich die fehlende Belastbarkeit besteht und ob diese eher mental oder physischer Natur ist. Hier kommen wir zu einem weiteren überlappenden Symptom, der Fatigue. Sie beschreibt einfach formuliert eine dauerhafte oder punktuelle Müdigkeit unterschiedlichen Ausmaßes und kann soweit vorhanden sein, dass beispielsweise Kinder nicht mehr zur Schule gehen können. Den Begriff kennt man bereits von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Krebspatientinnen und Patienten. Die Ursache hierfür ist noch nicht gänzlich geklärt. Vermutet wird eine körpereigene Abwehrreaktion auf die Prozesse im Körper, die für Stressreaktionen verantwortlich sind. Die positive Nachricht ist, dass diese Symptome sehr häufig von selbst zurückgehen. Ein weiteres Symptom, welches sich auf die Leistungsfähigkeit stark auswirkt, ist der sogenannte Brain Fog, bei dem sich, wie es der Name schon beschreibt, betroffene Personen wie in einem Nebel fühlen, was sich auf Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auswirkt. Viele klagen zudem über anhaltende bestehende Luftnot. Wichtig zu wissen ist, dass auch hier nicht zwingend eine Lungen- oder Herzerkrankung vorliegen muss. Denn Angst und Trainingsmangel können auch zu Luftnot führen. Um dies weiter zu differenzieren, müssen wir Ärzte weitere Untersuchungen durchführen. Falls du dich jetzt fragst, ob sich Covid negativ auf dein Asthma auswirken kann, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass sich die Symptome kurzzeitig verschlechtern. Jedoch ist in aller Regel nicht zu erwarten, dass dies über längere Zeit anhält. Ich hoffe, ich konnte dich da jetzt etwas beruhigen. Auch ein bestehender Hustenreiz geht in aller Regel von alleine wieder weg. Weiterhin wird häufig von einem kurzzeitigen Haarausfall gesprochen. In seltenen Fällen kann es auch zu einer Häufung von thrombotischen Ereignissen im Körper kommen, also eine vermehrte Neigung für Gefäßverschlüsse. Auch verschiedene Formen von Hautausschlägen können auftreten. Bei betroffenen Personen mit schweren Verläufen, die einen intensivstationären Aufenthalt benötigen, sind auch Symptome wie eine Critical Illness Polyneuropathie mit zu beachten. Dies ist eine Nervenschädigung, welche häufig nach intensivstationären Aufenthalt entsteht und sich durch Brennen oder Missempfinden zum Beispiel in den Füßen äußert. Eine bekannte Komplikation stellen auch Riech- oder Schmeckstörungen dar. Die wichtigste Aufgabe in der Diagnostik von Long Covid besteht darin zu erkennen, ob die Beschwerden der betroffenen Person im Moment potenziell lebensbedrohlich sein könnten. Unabhängig davon, ob ein Zusammenhang zwischen der anfänglichen Infektion besteht oder nicht. Man nennt dies Red Flags erkennen. Also steckt hinter der Luftnot nach einer Infektion eben nur ein schlechter Trainingszustand oder handelt es sich um eine akute, vielleicht sogar lebensgefährliche Komplikation. Darüber hinaus sollte eine Vorstellung mit länger bestehenden Symptomen trotzdem über die Hausärztin oder den Hausarzt erfolgen und nicht direkt über Spezialambulanzen für Post-Covid-Patientinnen und Patienten. Aufgrund der verschiedenen Symptomkonstellationen sollte aufgrund der großen Menge an verschiedenen Beschwerden am Anfang eine ausgiebige Befragung, körperliche Untersuchung und gegebenenfalls sogar eine Bildgebung erfolgen. Das heißt beispielsweise, dass bei einer Person mit Luftnot neben der körperlichen Untersuchung ein EKG, eine Herzultraschalluntersuchung, eine Überprüfung der Sauerstoffsättigung und gegebenenfalls eine radiologische Untersuchung der Lunge erfolgen sollte, also eine Röntgen- oder CT-Untersuchung. Zeigen die betroffenen Personen eher Zeichen einer fehlenden mentalen Belastbarkeit und Konzentrationsstörung, gilt hier trotzdem der gleiche Leitsatz. Es sollte unbedingt eine organische Ursache für die Beschwerden ausgeschlossen werden. Besteht kein Hinweis einer körperlichen Ursache, schaut man sich die psychische Belastung der betroffenen Personen an. Hier sollte ebenfalls als weitere Erkrankung eine neu aufgetretene depressive Episode in Betracht gezogen werden. Bezüglich eines fehlenden Geruchs oder Geschmacks gibt es verschiedene Tests, wie zum Beispiel Riechstifte, um eine Riech- und Geschmacksstörung akut und im weiteren Verlauf beurteilen zu können. Bei der Vielzahl an Symptomen gibt es auch eine Vielzahl an therapeutischen Ansätzen. Jedoch hat man den heiligen Gral noch nicht gefunden, um das Post-Covid-Syndrom zu verhindern. Eine Idee, die zurzeit erforscht wird, ist die Blockierung der Immunantwort. Bezüglich der chronischen Müdigkeit, der fehlenden Belastbarkeit und den Konzentrationsstörungen sollte bei Leidensdruck eine psychotherapeutische Behandlung möglichst zeitnah erfolgen, um einer Chronifizierung vorzubeugen. Sollten Einschränkungen im Alltag bestehen, kann hier auch eine ergotherapeutische Unterstützung hilfreich sein, die den betroffenen Personen wiederhilft, in ihren Alltag zu finden. Selbst aktiv werden kann man aber auch, indem man zum Beispiel die 3P-Regel anwendet. Diese 3P-Regel beschreibt das Pacing, also das Tempo, das Planen und das Priorisieren von Aufgaben. Bezüglich der Luftnot bedingt durch fehlende Fitness nach der Erkrankung ist ein kontinuierliches Wiederaufbautraining dringend anzuraten. Sollten schwerwiegende Symptome auftreten oder eine Behandlung durch die Hausärztin oder den Hausarzt nicht mehr ausreichen, kann eine Anbindung an eine Covid-Spezialambulanz hergestellt werden. Auch Rehabilitationsmaßnahmen sollten bei anhaltenden Beschwerden möglichst schnell in die Wege geleitet werden. Zusammenfassend sei dir gesagt, es gibt leider noch nicht die Lösung für Long-Covid oder das Post-Covid-Syndrom. Dennoch hat sich in den letzten Jahren viel in Richtung des Verständnisses und der Unterstützung betroffener Personen getan. Das macht Mut für einen immer größer werdenden Fortschritt und für weitere Therapiemöglichkeiten. Auf diesem Kanal sprechen wir noch über viele weitere Themen, die deine Gesundheit betreffen. Lass uns also gerne ein Abo da.